Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur nunmehr 53. Vorlesung meiner Serie Die Reise zum Ende der Welt. Und das hier ist die letzte Vorlesung, wo es um das Sonnensystem geht. Und wir hatten ja ganz zum Schluss des Sonnensystems dann die Sonne selber behandelt. Und das ist jetzt die sechste Folge über unsere Sonne. Denn die Idee ist ja, wenn wir unsere eigene Sonne nicht verstehen, dann haben wir eigentlich kaum eine Chance, die vielen Fixsterne, roten Riesen, blauen Riesen und weißen Zwerge draußen in der Milchstraße oder gar im ganzen Universum, dass wir keine Chance haben, die zu verstehen. Wir müssen also zunächst mal unsere eigene Sonne, den Stern ganz nah bei, den müssen wir verstehen. Deswegen so viele Folgen, also jetzt die sechste Folge über die Sonne. Und heute ist die letzte Folge, nämlich Gefahren von der Sonne. Und wir haben hier so ein spektakuläres Bild hier. Das ist auch vom englischen Wikipedia. Man sieht hier links die Kugel, die kleine. Das ist unsere Erde oder soll jedenfalls unsere Erde symbolisieren. Das ist natürlich die Vision eines Künstlers. So etwas kann man ja nicht fotografieren. Und hier sehen wir einen Sonnensturm, der also von der Sonne, die hier hinter mir zu sehen ist, ausgeht und zum Teil eben in Richtung Erde geht. Und das ist so eine Gefahr. Sonnenstürme, ja geomagnetische Stürme heißen sie auch, was bedeuten sie für uns, für das Leben auf der Erde. Und die gibt es eben ab und zu mal. Darüber will ich also berichten. Und dann gibt es noch eine andere Gefahr und das ist das Aufblähen der Sonne zum roten Riesen. Also eine Sonne, ein typischer Fixstern, also die Sonne ist ein Hauptrheinstern im Zustand des stabilen Wasserstoffbrennens. Aber irgendwann ist der Wasserstoff erschöpft und dann geschieht dieses Verblüffende, dass sich die Sonne auf das Hundertfache oder noch mehr aufbläht. Und wir haben hier so eine Vision, die habe ich selber gezeichnet anhand der Daten. Wir sehen hier also die Sonne, unsere Sonne als roten Riesen und die Merkur-Bahn, die würde dann innerhalb der Sonne verlaufen. Was dem Merkur wahrscheinlich nicht so gut bekommen wird. Die Venus, die kratzt so über die äußere Atmosphäre der Sonne hinweg, ist sozusagen an der Oberfläche der Sonne. Die Erde ist noch ein bisschen weiter draußen, die überlebt es dann. Diese Phase des roten Riesens unserer Sonne allerdings wird die Oberfläche der Erde aufschmelzen. Also spätestens bis das eintritt, da müssen wir die Erde verlassen haben. Wir werden sehen, dass wir die Erde, wenn wir als Spezies, als intelligente Lebensentwicklung weiter existieren wollen, dann müssen wir schon viel früher die Erde verlassen und uns einen neuen Planeten suchen. Das sind die Gefahren. Wir sind also im Kapitel 7, dem letzten Kapitel unseres Sonnensystems, die Sonne. Und da geht es um Dynamik. Also das würde man wirklich Dynamik nennen, wenn sich die Sonne zum roten Riesen aufbläht. Das Gleichgewicht, da geht es eben darum, dass wir eigentlich viel früher unseren Planeten verlassen werden müssen. Und eben genau die Entwicklung, die zeitliche Entwicklung unserer Sonne. Ja, sind also eigentlich hier, auch das letzte Video war schon über die ungelösten Rätsel unserer Sonne. Warum wird es oberhalb der Photosphäre wieder heißer, was ja eigentlich dieser ganzen Thermodynamik widerspricht. Es ist ungelöst. Das zweite Rätsel ist die Sache mit dem Sonnenzyklus, wieso der aussetzt. Man hat lange gebraucht zu verstehen, dass es überhaupt einen Sonnenzyklus gibt. Und jetzt eben drei Gefahren von der Sonne, um die es in diesem Video heute geht. Anwachsen der Solarkonstanten. Die Sonne wird immer heißer. Umwandlung zum roten Riesen. Und dann eben diese Sonnenstürme, die auch was mit dem Magnetfeld der Erde zu tun haben. Was ich ja irgendwann mal in ein paar tausend Jahren oder mehreren zehntausend Jahren umpolen wird. Und da ist es zwischendurch mal Null. Ja, da müssen wir auch drüber nachdenken. Also diese drei Gefahren will ich heute besprechen. Und dann fahren wir erstmal in diesem Video noch bis ans Ende unseres Sonnensystems. Da gibt es nämlich eine Grenze, die Heliopause. Die kann man auch beobachten. Und dann fliegen wir wirklich raus in den interstellaren, interstellar, also zwischen den Sternen, in den interstellaren Bereich. Aber bevor wir uns jetzt nochmal mit den drei großen Gefahren von der Sonne auseinandersetzen, wieder mein Dank an alle unsere Unterstützer. Ich werde jetzt drei Wochen Pause machen, weil ich brauche mal eine Pause. Ich bin so ein bisschen ausgenudelt von diesen jetzt inzwischen zwei Jahren, die ich da unablässig die zwei Videos pro Woche produziere. Es wird also eine Pause geben. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir einfach mit unserem Raumschiff relativ lange brauchen, um überhaupt zum nächsten Nachbarstern zu kommen. Das sind so drei, vier oder sogar noch mehr Lichtjahre. Und da ist man hier ein bisschen länger unterwegs. Deswegen gibt es jetzt eine Pause. Und das nächste Video danach, der Pause, wird die Suche nach einer zweiten Erde sein. Da geht es also um Exoplaneten. Aber zunächst mal noch vielen Dank für auch die ganze Zeit jetzt, wo uns die Leute ermöglicht haben, mit meinem kleinen Teamchen hier, mit meinem kleinen Team diese Videos weiterzuführen. Vielen Dank an euch alle. Ohne euch gäbe es den Kanal nicht mehr. Da gibt es Leute, die über PayPal an eine dieser beiden E-Mail-Adressen hier eine kleine Summe überweisen oder eben hier eine Banküberweisung an eine dieser beiden IBAN-Adressen. Ich betreibe ja den Kanal in der Schweiz über meine kleine GmbH in Kreuzlingen. Und das sind die beiden Konten, auch Euro- und Schweizer-Franken-Konten, die ich speziell für den Betrieb des Kanals eingerichtet habe. Und da gibt es auch so einen QR-Code für das Euro-Konto. Für SEPA-Überweisungen sind das zum Beispiel aus dem Euro-Raum. Und dann für unsere Unterstützer aus der Schweiz hier dieser QR-Code für das Schweizer-Franken-Konto. Also vielen Dank an euch alle, dass ihr uns das ermöglicht, hier die Sache weiterzumachen. Und jetzt geht es um die Gefahren von der Sonne. Fangen wir also mit dem Thema der Alterung der Sonne an. Und da müssen wir erst mal das hydrostatische Gleichgewicht, das also ein Gleichgewicht im Inneren der Sonne ist, verstehen. Und zwar haben wir ein Gleichgewicht, es gibt mehrere Gleichgewichte, aber das ist das wichtigste Gleichgewicht, das hydrostatische Gleichgewicht zwischen der Gravitation, der Eigengravitation der Sonne und dem Gasdruck hier. Self-Gravity, das ist also die Eigengravitation, die gilt eigentlich für jede Kugelschale der Sonne. Man kann die in so Kugelschalen aufteilen, die ineinander geschachtelt sind. Und im Inneren der Kugelschale ist innerhalb der Kugel immer eine bestimmte Masse und die bestimmt eigentlich die Schwerkraft an dem jeweiligen Abstand der Kugelschale vom Zentrum. Die Masse innerhalb bestimmt also, wie schwer die jeweils da drüber liegende Kugelschale ist, also die Gravitationsstärke, also wie eben das Gravitationsfeld auf der Erde, diese 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und auf der Sonne ist die Gravitation viel stärker, weil die ja viel mehr Masse hat. Aber wenn man ins Innere der Sonne kommt, immer weiter innen drin, da ist die Gravitation immer geringer, bis man zum Schluss im Zentrum der Sonne, wenn man da existieren könnte, da wäre man schwerelos. Das gilt auch für das Zentrum der Erde. Wir haben also diese Gravitation, die nach innen immer weiter abnimmt. Und wir haben den Gasdruck. Der Gasdruck, der drückt von innen nach außen, der ist also innen ganz, ganz stark. Und wir haben da also einen riesigen Gasdruck, das ist eigentlich ein Plasma-Druck durch die hohe Temperatur. Man kann das ganz grob annähern durch das ideale Gasgesetz. Das heißt, wir haben einen Druck, der die Sonne zusammenziehen will, das ist die Gravitation. Und ohne diesen Gasdruck dagegen würde sie immer weiter kollabieren, schließlich sogar, wenn es überhaupt keinen Gegendruck mehr gibt. Und wenn das Gravitationsgewicht, also die Gravitationsstärke, genauer gesagt einfach die Masse der Sonne oder einer Sonne, wenn die groß genug ist, dann würde noch nicht mal mehr die Stabilität der Atome oder des Plasmas selber ausreichen, um dem Gravitationsdruck zu widerstehen. Und der Stern würde ohne diesen Hitzedruck durch die Fusion im Zentrum zum schwarzen Loch kollabieren, zur Singularität. Das macht unsere Sonne nicht, weil sie zu wenig Masse hat. Aber ein größerer Stern würde das machen. Da würde noch nicht mal mehr die Stabilität der Elektronen, Protonen, Neutronen, die reicht nicht mal mehr aus, um die Gravitation auszugleichen. Wir haben also diesen Gravitationsdruck nach innen, der den Stern zusammenziehen möchte. Und wir haben dagegen den Gasdruck, dieser Hitze der Fusion von innen, natürlich eine heiße Gaswolke möchte expandieren. Und dann gibt das insgesamt ein Gleichgewicht. Und das ist das hydrostatische Gleichgewicht. Ich habe jetzt hier mal von so einer Seite, hier unten ist der Link angegeben, auch mal so ein paar Formeln aufgeschrieben. Es gibt noch mehr Formeln, die eben dieses Gleichgewicht mathematisch beschreiben. Das sind Differenzialgleichungen. Hier haben wir also die Dichte, die Gravitationskonstante und hier den Druckgradienten. Nach innen nimmt der Druck immer weiter zu, währenddessen eben die Gravitation nach innen eher abnimmt. Allerdings sitzt eben der Druck von außen, von den äußeren Schichten und das gibt eben hier diese Gleichgewichtsbedingungen. So, diese ganze Mathematik, die nehme ich ja nicht mit hier in meinen populärwissenschaftlichen Vorlesungen auf YouTube. Aber wenn man eine richtige Vorlesung, Masterprogramm der Physik hätte, da müsste man an dieser Stelle eben die ganzen Zustandsgleichungen und Gleichgewichtsdifferenzialgleichungen der Sonne erfassen. Ich habe hier nur mal zwei von diesen, das sind eine ganze Menge Gleichungen, zwei von denen hier aufgeschrieben. Und mit diesen Gleichungen und so ein bisschen Wissen, was für Eigenschaften das solare Plasma, also Elektronen, dann die Wasserstoffatomkerne und die Heliumatomkerne, was für Eigenschaften dieses Plasma hat, dann kann man eben Modelle aufstellen, so wie Klimamodelle, nur eben für das Innere der Sonne, wie die Sonne im Inneren aufgebaut sein müsste. Und das ist das Standardmodell unserer Sonne, das beruht eben genau auf solchen Differenzialgleichungen und dem Wissen, oder sagen wir mal, nicht dem wirklichen Wissen, weil man kann das Zentrum der Sonne nicht gut im Labor irgendwie nachbauen, da sind die Temperaturen ein bisschen hoch und die Dichten vor allen Dingen sehr hoch, aber man kann das im Rechner schon sehr gut simulieren. Und dann haben wir eine simulierte Sonne im Rechner und im Zentrum geschehen die Fusionsprozesse. Und wie stark die Fusionsprozesse sind und welche Fusionsprozesse, auch das kann man im Rechner simulieren anhand des Wissens über die Kernreaktionen, die da beteiligt sind. Und da war ja ein ganz wichtiger Outcome oder ein Ergebnis des Standardmodells, also diese simulierten Sonne im Rechner, war die Vorhersage für den Neutrinofluss. Darüber habe ich, glaube ich, mit das erste Video gemacht, der Sonne oder das zweite. Und das war eine Vorhersage und dann wurde der Neutrinofluss auf der Erde gemessen und es stimmt, wenn man Neutrinooszillationen, diese merkwürdige Eigenschaft der Neutrinos, mit berücksichtigt. Das heißt, wir haben eine sehr gute Vorstellung, die auch experimentell überprüft wurde, zum Beispiel Hauptindikator eigentlich, finde ich sehr wichtig, diese Überprüfung des solaren Neutrinoflusses, dass das stimmt, was wir uns da vorstellen vom Inneren der Sonne. Hier ist noch eine Beschreibung, was die einzelnen Buchstaben bedeuten, hier in Englisch und hier ist auch noch mal ein Text. Also es ist jedenfalls ein Gleichgewicht. Und es ist so, es ist ein Gleichgewicht, was stabil ist und die Sonne ist kein veränderlicher Stern. Man kann sich aber vorstellen, dass wir ein Gleichgewicht haben zwischen dem Gravitationsdruck nach innen und dem Strahlungsdruck nach außen und das ist wie so ein Pendel. Die äußere Atmosphäre oder der Durchmesser der Sonne könnte eigentlich eine Schwingung ausführen. Das macht er im Fall unserer Sonne nicht, aber bei anderen Sternen wäre es denkbar, dass sie wie eine Glocke schwingt. Unsere Sonne hat auch Schwingungsmoden. Es gibt Helioseismologie, also die Eigenschwingungen der Sonne als Ganzes, da untersucht. Und auch das muss eben mit den Vorstellungen über die Eigenschaften der Sonnenmaterie übereinstimmen. Also wie sie schwingt, sie hat solche Schwingungsmoden. Darauf bin ich jetzt aber nicht eingegangen. Aber jedenfalls könnte ein Stern eben auch nicht stabil brennen, sondern solche Schwingungen machen. Dann wird er heller und dunkler und das sind die Zephyiden, also die veränderlichen Sterne. Da kommen wir dann drauf, wenn wir wirklich unser Sonnensystem dann verlassen. Da gibt es also Sterne, die schwingen. Gut, ja, also das ist unsere Vorstellung vom Inneren der Sonne. Und insgesamt gibt es, ja, es gibt noch mehr, aber jetzt mal so grob eingeteilt. Das war gerade das wichtigste Gleichgewicht, das hydrostatische Gleichgewicht. Aber es gibt fünf solche Gleichgewichte oder sagen wir mal Konzepte, die bestimmen maßgeblich die Struktur unserer Sonne. Das ist das Gleichgewicht zwischen Druck, Strahlungsdruck oder Gasdruck eigentlich, oder sagen wir besser Plasmadruck. Weil Gas ist es ja auch nicht, weil es so heiß ist, dass sich die Elektronen von den Atomkernen ablösen und selbstständig herumfliegen. Das ist also ein Plasmadruck. Und dann der Gravitationsdruck nach innen. Das ist ein Gleichgewicht. Dann gibt es natürlich ein thermisches Gleichgewicht, das ist die Energieerhaltung. Das muss eigentlich, ja, ist nicht wirklich, ja, ist ein dynamisches Gleichgewicht auch. Das muss also für jedes Volumenelement der Sonne gelten. Es geht Energie rein in jedes kleine Volumenelement von unten, also aus dem Zentrum der Sonne kommt der Energiefluss an. Nach oben geht es weiter und es muss eben Gleichgewicht sein. Sonst würde dieses Volumenelement immer heißer oder kälter werden. Also ein thermisches Gleichgewicht für die ganze Sonne, aber auch für jede Kugelschale oder eigentlich für jedes Volumenelement, für erzeugte und abgestrahlte Energie. Dann die Opazität, die ist eben ganz wichtig, weil ich hatte es schon mal ein paar Mal erwähnt, die Zeitdauer, die die Photonen brauchen, also so ein theoretischer Wert, weil ein Photon hat keine Identität, das wird ständig absorbiert und dann wieder emittiert. Das ist ja nicht immer dasselbe Photon. Aber man kann das so, ja, man kann eine Zeit angeben, die ein virtuelles Photon, das man jetzt markiert, das ist jetzt Photon Nummer 1, wie lange das brauchen würde, bis zur Oberfläche. Und das sind, da gibt es verschiedene Quellen, 100.000 Jahre oder auch eine Million Jahre oder mehrere Millionen Jahre. Ich habe verschiedene Angaben gefunden, was jetzt tatsächlich stimmt. Da müsste man jetzt wirklich so einen Sonnenphysiker fragen, der die neuesten, sagen wir mal, Informationen hat, auf welchen Wert sich denn nun für diese Reisedauer der Energie aus dem Zentrum der Sonne bis zur Oberfläche, auf welche Zeitdauer man sich da geeinigt hat. Das hat auf jeden Fall eine ganz lange Zeit. Also bis die Energie aus dem Zentrum, wo sie in der Fusion entsteht, bis zur Oberfläche kommt, das ist eine ganz lange Zeit und die hängt von der Opazität ab. Das ist die Durchsichtigkeit des Sonnenplasmas für Photonen. Also, und das ist, oder hier, nach diesem Text hier unten, das habe ich übersetzt aus dem Englischen, von diesem Link hier, aus dem Bildungssystem in den USA, Widerstand der Sonnenhülle gegen den Photonfluss, wie schnell die Energie transportiert wird. Das hängt eben von der Dichte und der Temperatur des Plasmas in den jeweiligen Kugelschalen ab. Und wenn jetzt eine Kugelschale besonders dicht ist und die Photonen schlecht durchlässt, dann wäre alles da drunter sehr heißer und dahinter wäre es dann deutlich kühler, weil das dann sozusagen eine Energieflussbremse ist. Dann staut sich die Energie unterhalb dieser Kugelschale und oberhalb ist es dann eben kühler, weil die Energie nach außen dann flotter abfließt. Das heißt, diese Opazität bestimmt sehr genau den Temperaturgradienten vom Innern, da haben wir ja diese 15 Millionen Grad, ein bisschen mehr sogar, nach außen. Und diese Temperatur bestimmt natürlich dann die Dichte des Plasmas und die ganzen Eigenschaften und so. Und deswegen ist diese Opazität, das ist eigentlich eine Eigenschaft des solaren Plasmas, abhängig von Druck und Temperatur, die bestimmt eben den Temperaturverlauf im Innern der Sonne. Wie insgesamt der Energietransport, neben dem Strahlungstransport, der eben hier das einer von drei Energietransportprozessen, die es überhaupt gibt, neben dem Strahlungstransport gibt es noch zwei weiteres, die Wärmeleitung und die Konvektion. Wärmeleitung ist bei den großen Distanzen im Innern der Sonne vielleicht nicht unbedingt so ein Riesenfaktor, sondern es gibt den Strahlungstransport, der in den ersten zwei Dritteln ungefähr des Radius von innen nach außen passiert. Und weiter draußen haben wir dann Konvektion durch heiße aufsteigende Gasmassen oder Plasmamassen und wieder absinkende Plasmamassen. Und die Konvektion, die macht noch eine ganz wichtige Sache, sie durchmischt nämlich das Sonnenplasma, weil im Zentrum der Sonne entsteht ja ständig aus Wasserstoff Helium. Da reichert sich also Helium an. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass der innere Teil der Sonne bis zwei Drittel des Radius, da haben wir den Energietransport durch Strahlung. Das heißt, das ist fast wie so eine harte Kugel. Das ganze Gasgemenge wird nicht rumgerührt. Und dadurch ist es so, dass sich im Innern das Helium anreichert. Weiter außen haben wir Konvektion auf dem letzten Drittel und da wird also sozusagen ständig gerührt. Und da haben wir also ein einigermaßen vernünftiges Verhältnis von Wasserstoff zu Helium. Aber im Zentrum, bedingt durch die Fusion, reichert sich das Helium im Laufe der Zeit immer mehr an, weil wir eben keinen Konvektionstransport haben. Und das ist ein ganz wichtiger Alterungsprozess der Sonne, die Anreicherung der Fusionsasche, das ist das Helium im Zentrum der Sonne. Und das liegt eben daran, dass die innersten zwei Drittel des Sonnenradius, da haben wir dominant eben als Energietransportprozess die Strahlung und nicht die Konvektion. Also nochmal, die Konvektion sind aufsteigende und absinkende Gasmassen. Das sieht man auch sehr schön in der Photosphäre, da sieht man diese Konvektionszellen. und die bedeuten, dass die Sonnensubstanz durchgemischt wird, bis zu einem Drittel ins Innere, aber weiter drinnen rotiert auch die Sonne, die hat ja die differenzielle Rotation, die findet aber nur außen statt. Weiter innen rotiert die Sonne als harte Kugel. Und da gibt es eben keine Durchmischung der Substanz und die Anreicherung vom Helium im Zentrum, die lässt die Sonne altern. Und deswegen müssen wir die Erde schon viel früher verlassen, als in etwa 4,4, etwas mehr als 4 Milliarden Jahren, wenn sie zum roten Riesen wird, sondern schon erheblich früher, kommen wir jetzt aber zu. Okay, und das fünfte Konzept ist natürlich die Energieerzeugung. Das ist die Fusion. Die habe ich ja schon näher beschrieben. Ja, jetzt ist eben so, die Sonne altert, wie ich gerade schon angedeutet habe. Die Zusammensetzung der jungen Sonne, sie ist 4,6 Milliarden Jahre alt oder ist ein bisschen anschaulicher, 4.600 Millionen Jahre. Da wir uns aber eine Million Jahre auch nicht vorstellen können, ist das also hinten wie vorne vollkommen unvorstellbar alt. Die Sonne ist unfassbar alt und sie wäre schon längst erloschen, wenn sie nicht im Inneren diese Fusion hätte. Die Wasserstofffusion lässt sie so lange brennen. Dann gibt es keinen anderen Prozess, der denkbar ist, der so lange Energie liefern könnte. Und dass es eben wirklich die Wasserstofffusion ist im Zentrum, das haben eben diese Neutrino-Detektoren auf der Erde schon vor einigen Jahrzehnten dann tatsächlich bewiesen. Also meines Erachtens ist das ein Beweis, weil man diese Neutrinos, die eben nur aus Fusionen stammen können, die hat man eben nachweisen können. Ja, die normale solare Mischung in diesen Zonen bis zu einem Drittel der Tiefe von der Oberfläche, wo Konvektion herrscht, ist 25% Helium und 70% Wasserstoff. Das sind jetzt Massenprozente. Also die meiste Masse besteht aus Wasserstoff und Wasserstoff ist ja immerhin dann eigentlich der Brennstoff, der Sonne im Wasserstoff brennt. Und das ist schon mal gut, ist also noch jede Menge Wasserstoff da, aber eben nicht im Kern. Und es durchmischt sich eben nicht. Im Kern haben wir inzwischen 60% Helium und nur noch 34% Wasserstoff nach dem Standardmodell der Sonne. Da hat sich also die Wasserstoffmenge gegenüber den 70% halbiert, auch 34%. Da ist also schon viel weniger Wasserstoff im Zentrum der Sonne. Heute nach 4.600 Millionen Jahren. Aber sie wird noch weitere 4.000 Millionen Jahre brennen im Zustand des Wasserstoffbrennens, weil ist ja erst die Hälfte weg. Also die andere Hälfte haben wir ja noch. Im Zentrum. Weiter außen ist noch jede Menge Wasserstoff, aber im Zentrum, das ist das Entscheidende. Das sind übrigens für die Spezialisten hier Massenprozente. Da muss man immer aufpassen, ob man Volumen oder Massenprozente nimmt. Das sind jetzt Massenprozente. Also jedenfalls die Hälfte des Wasserstoffs ist im Zentrum verbraucht. Ja, also hatte ich gerade erklärt, die Konvektionszone ist nur im äußeren Drittel des Radius, also sozusagen die äußere, ein Drittel dicke fette Schale drumherum. Die Konvektionsschale. Und daher gibt es kaum Zufuhr an frischem Wasserstoff in dem inneren Bereich, der sich nicht rumrührt, in den Kern. Und kaum Abtransport von der Asche, von erzeugtem Helium. Das Zentrum wird also immer schwerer, weil Helium ist ja Masse 4, Wasserstoff Masse 1. Die Atomkerne sind einfach viermal so schwer. Wir haben ja ein Plasma, da sind die ganzen Elektronen und die Protonen, das sind die Wasserstoffatomkerne, und dann die Heliumatomkerne. Wir haben immer mehr Heliumatomkerne. Die machen eigentlich plasmamäßig dasselbe, sind zweifach positiv geladen, das heißt, sie drücken noch ein bisschen mehr vielleicht, aber sie sind schwerer. Also werden immer schwerer durch das Helium. Helium ist zunächst nicht an der Fusion beteiligt, ist also totes Gewicht. Das heißt, wir haben ein totes Gewicht, was immer größer wird, im Zentrum der Sonne, und das macht eigentlich immer weniger Strahlungsdruck. Also der Strahlungsdruck ist konstant, nein, ist falsch. Das macht eigentlich immer weniger, nein, es macht immer mehr Gravitationszug. Also der Druck von Gewicht durch diese Zunahme an Helium im Zentrum, von den äußeren Schalen, die durch die größer werdende Masse im Zentrum immer größer wird, der Gravitationsdruck wird immer größer. Und das hydrostatische Gleichgewicht bedeutet nun, wenn die tote Masse im Zentrum zunimmt und die äußeren Schalen dadurch immer mehr nach innen drücken, dass der Strahlungsdruck anwachsen muss, um das Gleichgewicht zu bewahren. Das heißt, was passiert ist, das Zentrum wird schwerer, die äußeren Schalen drücken mehr nach innen, das Zentrum wird dadurch ein bisschen heißer, also nicht viel, aber ein bisschen, und dadurch steigert sich die Fusionsleistung, die geht ganz stark mit der Temperatur nach oben, ein bisschen heißer, und dann steigt der Strahlungsdruck. Das heißt aber, um die tote Masse und die Zunahme des Gravitationsdrucks zu kompensieren, muss die Sonne immer mehr Energie produzieren, das heißt, sie wird immer heller. Und das ist der Grund, weshalb wir die Sonne früher verlassen müssen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig erklärt. Also das Zentrum wird immer schwerer durch das Helium, und Helium ist nicht an der Fusion beteiligt. Folge, hydrostatisches Gleichgewicht erfordert, mit der Zeit mehr Strahlungsleistung. Das findet man hier im englischen Wikipedia unter dem Stichwort Solar Core, der Sonnenkern. Ich lese es hier nochmal vor, das ist jetzt wieder dieser englische Wikipedia-Text, habe ich aufs Deutsche übersetzt, werde ich das nochmal, ich habe es also aufs Deutsche übersetzt, nochmal wiederholen. In der Photosphäre besteht die Sonne zu etwa 73 bis 74 Prozent, es gibt immer unterschiedliche Prozentangaben, aber so ungefähr 75,75 Prozent aus Wasserstoff. Der Rest besteht hauptsächlich aus Helium, was der Zusammensetzung der Atmosphäre des Jupiters und der ursprünglichen Zusammensetzung der Gase bei der frühesten Sternentstehung nach dem Urknall entspricht. Es gibt also sowas wie eine Urzusammensetzung des Universums, bevor diese Fusionsprozesse dann immer mehr Wasserstoff in Helium und die weiterlaufenden Fusionsprozesse zu immer schweren Elementen fusioniert haben. Das Universum startete mit einem Verhältnis von 1 zu 3 zwischen Helium und Wasserstoff, also hauptsächlich Wasserstoff. Und in so einem Stern wird immer mehr Wasserstoff in Helium verbrannt, also fusioniert, und dadurch verändert sich das. Aber der äußere Bereich der Sonne, also die Photosphäre und auch die Gasriesen und auch die sehr jungen Sterne, die man in großer Entfernung von uns, also da geht man ja in der Zeit zurück, die also kurz nach dem Urknall entstanden sind, was man da findet, ist dieses Verhältnis von ungefähr 1 zu 3, also 1 Viertel zu 3 Viertel Helium zu Wasserstoff. So, das ist nach wie vor in unserer äußeren Sonnenhülle ist das die Zusammensetzung. Ja, so, mit zunehmender Tiefe in die Sonne hinein verringert die Fusion jedoch den Wasserstoffanteil. Bei einem Radius von 25% des Sonnenradius, das ist also unterhalb dieser Grenzschicht zwischen der Konvektion und der Strahlungszone, haben wir immer noch 1 zu 3 das Verhältnis, aber bei 25%, einem Viertel des Radius, das reden wir da drunter, also den inneren Kern, da ist es immer noch etwa 70%, also nur ein paar Prozent Abweichung von der Oberfläche des Wasserstoffgehalts, aber im Inneren sinkt der Wasserstoffanteil schnell, bis er im Zentrum der Sonne, also Radius 0 dann, etwa 33% Wasserstoff erreicht, die Hälfte. 65% der Plasmamasse besteht dann aus Helium, totes Gewicht. Ja, und das ist so ein berühmtes Bild, das findet man in allen möglichen Versionen im Internet, das stammt, glaube ich, ursprünglich, also denke ich mal, von der NASA, hier unten ist der Link angegeben, das findet man immer auch in Lehrbüchern hier, wie der Lebenszyklus eines Sterns wie unsere Sonne, das gilt jetzt nicht bloß für unsere Sonne, sondern für alle Sterne, die eben etwa dieselbe Gaszusammensetzung haben, ursprünglich, und die etwa dieselbe Masse haben. Dieser Lebenszyklus skaliert in den Zeiträumen und auch dem Ablauf sehr stark mit der Masse, der Gesamtmasse des Sterns. Zu Beginn vor etwa 4,6, wir sind heute nah, bei 4,6 Millionen Jahren hat es sich eben aus dieser riesigen Wolke gravitativ zusammengezogen und ein paar hundert, ja, wie lange hat dieser zusammen, da habe ich ja auch, wie das Sonnensystem entstanden ist, das ging ja eigentlich relativ flott, da entstand eben die junge Sonne und dann hat es also bis heute ungefähr ein konstantes Brennen gegeben, aber nur ungefähr. Also sie ist sehr lange in diesem Zustand des Wasserstoffbrennens, sie geht auch noch weiter, aber wir sehen hier, dass bei 5, 6, 7, 8, 9 Milliarden Jahren nach der Entstehung unsere Sonne bei ihrer Masse eben tatsächlich immer größer wird, oder jedenfalls nach dem Standardmodell der Sonne, und auch immer heller. Und dann, nach 10 Milliarden Jahren, da gibt es eben den großen Knall, dann bläht sie sich auf zum roten Riesen. Und diese letzten Stadien hier, die letzten 5 Stadien, die sind in Sizes not drawn to scale, die sind nicht richtig wiedergegeben. Denn der rote Riese, der ist größenordnungsmäßig 100 Mal größer, als die Sonne in ihrem Normalzustand heute. Also dieser rote Ball hier, der würde so groß sein, wenn man es richtig skalieren würde, dass er gar nicht mehr auf meine Folie drauf passt. Und dieser planetare Nebel, der hier, wenn die Sonne am Ende des roten Riesenstadiums ihre äußere Hülle abstößt, der würde schon gar nicht mehr auf die Skala passen, weil der hat einen Durchmesser hier, dieser Ringnebel, also eine Kugelschale ist das eigentlich, von ungefähr einem Lichtjahr. Zeige ich gleich nochmal. Und dann schrumpft der Kern der Sonne, der übrig geblieben ist, nachdem sie ihre äußere Hülle abgestoßen hat, schrumpft sie zum weißen Zwerg. Und ein weißer Zwerg ist ungefähr so groß wie die Erde. Die Sonne ist heute 100 Mal größer als die Erde. Aber im Zustand, ja, das ist eigentlich der Tod der Sonne, weil ein weißer Zwerg hat keine Energieproduktion mehr, da ist sie dann so groß wie die Erde. Das heißt, sie wird erstmal, ich weiß nicht genau wie groß, aber ungefähr 100 Mal größer als die Sonne. Und hier, als White Dwarf, als weißer Zwerg, ist sie 100 Mal kleiner als die Erde. Also erst 100 Mal, nee, Moment mal, 100 Mal größer als die Sonne. Und dann ist die Sonne 100 Mal kleiner als heute, also so groß wie die Erde, als weißer Zwerg. Das sind also schon heftige Größenvariationen dieser riesengroßen Wasserstoffhelium, dieses großen Wasserstoffhelium-Gasballons. Ja, gut. Aber wir sind hier in der Mitte des Lebenszyklus der Sonne und da gibt es eine Veränderung, aber sie ist sehr langsam. Sie wird langsam immer heller. Und das ist dieses Diagramm hier, das auch vom englischen Wikipedia fand ich also sehr, sehr anschaulich. Und hier sieht man also drei Kurven, eine grüne, eine violette und eine rote. Und für uns wichtig ist die rote. Das ist die Luminosität oder die Intensität der Sonne. Das ist also eigentlich diese Solarkonstante, die draußen im Weltraum 1,3 Kilowatt pro Quadratmeter bedeutet. Oder für diejenigen, die so eine Solaranlage auf dem Dach haben, wenn die Sonne perfekt scheint, dann wird eingestrahlt eine thermische Energie oder eine Lichtenergie von einem Kilowatt ungefähr pro Quadratmeter. Und davon wandeln eben die Solarzellen 20%, also 200 Watt ungefähr, in Elektrizität um. Also die Solarkonstante draußen im Weltraum ist ein bisschen größer, weil dazwischen ist ja die Lufthülle, also 1,3 Kilowatt. Das ist die Solarkonstante hier, diese rote Kurve. Und wir sehen, dass sie auf der Skala zwischen 0 und 12 Milliarden Jahren, da nimmt die zu. Also es geht locker hoch hier. Und zwar nach einer Milliarde Jahre 4,6 auf 5,6 nehmen wir zu um 10%. 10% mehr Strahlungsleistung von der Sonne. Jetzt ist es so, die Klimaerwärmung, da gibt es ja immer so eine Angabe in Radiative Forcing, also in Strahlungsleistung, das ist aber nicht wirklich Strahlungsleistung, sondern das ist der Treibhauseffekt, der so eine Erwärmung bewirkt, als hätten wir eine zusätzliche Strahlungsleistung. Also eine hellere Sonne. Und wir haben etwa 2,5 Watt pro Quadratmeter zusätzliche Strahlungsleistung, bedingt durch die Emissionen des CO2. Und da haben wir eine Erwärmung um 1,2 Grad. Also 2,5 Watt pro Quadratmeter mehr Strahlungsleistung vom Treibhauseffekt jetzt, das gibt eine Erwärmung um 1,2 Grad. Jetzt weiß ich nicht, ob man den Treibhauseffekt jetzt gleichsetzen kann mit einer erhöhten Intensität der Sonne, denn hier wird die Sonne selber ja heißer. Auf jeden Fall geht es bei diesen Veränderungen der Luminosität der Sonne um viel größere Veränderungen. 10% anwachsen in der Solarkonstanten hier, das ist die rote Kurve, das wären also dann, wenn man denselben Zusammenhang nimmt hier, also das wären dann 25 Watt pro Quadratmeter. Und kann man ausrechnen, weil das ist eben 10% von der aktuellen Einstrahlung der Sonne, das sind 250 Watt pro Quadratmeter, also nicht dieses eine Kilowatt, sondern man muss das durch vierteilen. Warum man das durch vierteilen muss, das liegt daran, dass zum Beispiel die Nacht, das ist ja keine Sonne, also man muss das mitteln über die gesamte Zeit und über alle geografischen Breiten und da kommt ungefähr, oder vielleicht sogar genau, ein Faktor 4 raus. Also Tag und Nacht ist ein Faktor 2, also von 1 Kilowatt auf 500 Watt. Und dann haben wir am Nordpol natürlich, weil der da irgendwie so schräg steht gegenüber der Incoming Radiation, nochmal ein Faktor 2, wenn wir über alle Breiten mitteln und dann kommen wir auf ein Viertel. 250 Watt ist also das, was die Sonne heute einstrahlt und davon 30% und so weiter, aber da kommen wir auf 25 Watt pro Quadratmeter, 10%, ein Zehntel, statt 250 Watt und 20% sind dann 50 Watt. Wenn wir aber schon so eine große Aufregung bei 2,5 Watt haben, was passiert denn dann, wenn wir so eine Variation der Solarkonstanten haben? Und wenn wir zurückgehen in der Zeit um 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, nee, 5 nicht, aber 1, 2, 3, 4 Millionen Jahren, dann haben wir eine kühlere Sonne aufgrund des gleichen Effekts. Da war weniger Helium als totes Gewicht im Zentrum. Da war die Sonne dunkler, jedenfalls nach dem Standardmodell der Sonne. Ja, und wenn wir da 50 Watt, 20% Reduktion, das wäre also hier, also wäre eine Milliarde Jahre nach der Entstehung des Sonnensystems, 50 Watt pro Quadratmeter weniger Strahlungsleistung, da müsste ja eigentlich die Erde und alles eingefroren sein. Wie konnte denn da Leben entstehen? Ja, also das ist jedenfalls nach dem Standardmodell hier die Intensität der Sonne, die doch über die Milliarden Jahre relativ heftig variiert. Die blaue Kurve hier oder violette ist der Radius, die Sonne wird also auch größer langsam und das Grüne ist die Farbe, also die Temperatur. Und hier zum Schluss wird sie zum roten Riesen, weil die Temperatur hier eben absackt. Aber die meiste Zeit ist sie ungefähr weiß, so wie wir sie kennen, die grüne Kurve. Also es ist nicht die Farbe, aber es ist ja ein schwarzer Strahler und da bestimmt die Temperatur praktisch die Farbe. Und wir nehmen sie heute als weiß wahr und da wird sie dann rötlicher. Allerdings steigt die Luminosität gleichzeitig ins Unendliche, also nicht aber sehr groß, weil sie eben zum roten Riesen wird. Ja, das ist schon ganz interessant. Ich möchte jetzt einen Einschub machen. Ich hatte ja gerade gesagt, dass dieser Strahlungsantrieb, den man über den Treibhauseffekt, 2,5 Watt, den man da ausrechnet, der macht eben 1,2 Grad Celsius. Und jetzt gibt es aber eine ganz interessante Entdeckung eigentlich von einem Freund von mir, der Professor Wolfgang Eberhardt, den hatte ich auch ein paar Mal zum Interview hier, emeritierter Professor, war lange Leiter von Forschungsinstituten und sowas alles. Und er hat jetzt doch einen Zusammenhang zwischen der Sonnenintensität und unserem Klima gefunden und war ich ein bisschen überrascht. Und das muss ja auch so sein, weil die Sonne schwankt in ihrer Intensität jetzt im Augenblick. Jetzt geht es nicht um Milliarden Jahre, sondern Einschub, sondern nur um relativ kurze Schwankungen der Elfjahreszyklus. Und das sind eben diese Sonnenflecken. Das ist die Sunspot Number, hier wieder ein deutsches Wikipedia sogar, das ist die Sonnenaktivität. Und wir sehen hier sehr schön die Zahl der Sonnenflecken. Und jetzt sind Sonnenflecken zwar dunkel, aber die Sonne ist dann, wenn sie so aufgewickelte Magnetfelder hat, insgesamt ein bisschen heller. Sie hat mehr Aktivität. Und das bedeutet, dass die Solarkonstante, das ist die obere Kurve hier, Solar Irradiance, also solare Intensität, das ist die 1,361, 1,362 Kilowatt pro Quadratmeter, also die Solarkonstante außen im Weltall, die ist ja nicht 1 Kilowatt, sondern 1,3 Kilowatt. Und wir sehen, erst immer dann, wenn viele Sonnenflecken ist, ist die solare Intensität ein bisschen größer. Und das macht 0,25 Watt pro Quadratmeter aus, wenn man das durch vier teilt. Also es ist ungefähr ein Watt durch vier, 0,25 Watt pro Quadratmeter. Das müsste sich doch eigentlich dann auch irgendwie auf die globale mittlere Temperatur auswirken. Jetzt habe ich mir allerdings immer gemerkt, dass die Sonne das Klima nicht beeinflusst, weil sie so schön konstant brennt. Aber sie brennt eben nicht ganz konstant, sondern mit dem 11-Jahres-Zyklus variiert die Solarkonstante, die Intensität der Sonne, eben ein bisschen. Jetzt gucken wir mal 0,25 Watt. Also 2,5 Watt machen nach dem Weltklimarat, wenn man das gleichsetzen kann, dieses Radiative Forcing vom Treibhauseffekt gleichsetzen kann mit Schwankungen der Solarkonstante, dann würde ich bei 0,25 Watt einem Zehntel, würde ich ungefähr einen Zehntelgrad erwarten. 2,5 Watt pro Quadratmeter machen ein bisschen mehr als 1 Grad und 0,25 Watt, also genau das hier, das macht 0,1 Grad. Das heißt, eigentlich würde man erwarten, dass die kleinen Schwankungen der Solarkonstanten im Elfjahresrhythmus tatsächlich eine Klimaschwankung auch bedeuten, relativ schnell, weil das System sollte sofort antworten da drauf, um 0,1 Grad. Ja, und jetzt kann man sich so eine Temperaturkurve wirklich mal angucken. Hier haben wir nochmal, das ist also hier ein Bild vom IPCC. Ja, das ist also, nee, das ist die Quelle. Wo habe ich denn dieses? Ja doch, das ist hier, von daher. Hier sehen wir also die Sonnenflecken und hier haben wir eine Kurve, das ist die Temperaturkurve. Und wir sehen sehr schön, ja, also zwischen 1880 und 2020, wie die Temperatur eben hier von minus 0,3 Grad auf 1,8, 1,9 Grad hochschnurrt, das sind ja 1,2 oder 1,3 Grad Erwärmung durch den Treibhauseffekt, also durch die Emissionen von CO2 hauptsächlich. Aber wir sehen auch eine leichte Modulation hier, diese gemittelte Kurve, also die braune Kurve. Und wenn man eine Fourier-Transformation macht, und das hat eben mein Freund, der Professor Eberhardt, hat das gemacht, dann sieht man tatsächlich die 11 Jahre. Das heißt, unsere Temperatur, die also erstmal dominant ansteigt durch die Zunahme der CO2-Konzentration, wird aber doch leicht moduliert mit diesem 11-Jahres-Zyklus in diesem Bild hier. Und jetzt kann man mal ausrechnen, was für eine Modulation würden wir denn erwarten? Hatte ich ja gerade gesagt. Ich würde dann erwarten, wenn 2,5 Watt 1,2 Grad machen, dann müssten 0,25 Watt, also die Modulation durch die Sonnenflecken, die müssen 0,1 Grad machen. Also hier steht es nochmal. 0,1 Grad Celsius oder ein bisschen mehr pro 0,25 Watt. Das wäre das, was wir hier sehen. Also ich habe das mal abgeschätzt. 0,1 Watt. Und das kommt hin. Also wenn wir 2,5 Watt Radiative Forcing vom Treibhauseffekt haben, schon, und das macht 1, irgendwas Grad, dann würde ich bei 0,25 Watt der Modulation der Intensität der Sonne 0,1 Grad Modulation erwarten. Und das ist genau das, was wir hier sehen. Wir sehen eine leichte Modulation, ein Auf und Ab im 11-Jahres-Zyklus. Das stimmt nicht ganz. Hier gibt es einen riesen Bump nach oben und da hinten auch nochmal, der zwischen zwei Sonnen maximal fällt. Und da sind andere Einflüsse wirksam, die ebenfalls die globale mittlere Temperatur beeinflussen. Hier, dieser Haufen da, dieser Peak, also wo es hochgegangen ist und wieder runtergegangen ist, hat vermutlich was mit den Aerosolen zu tun. Diese globale mittlere Temperatur wird ja auf der Erde von vielen Faktoren bestimmt, also Treibhauseffekt, aber auch Wolkenbildung, aber auch Aerosole und auch die Sonnenintensität, sodass es schwierig ist, einen einzelnen Faktor zu isolieren. Aber hier sehen wir ja doch irgendwie diese Modulation vom 11-Jahres-Zyklus. Und hier gibt es jetzt eine Folie, die hat Professor Eberhardt selber erstellt. Das nennt man dann im Englischen als Literaturhinweis Private Communication. Und da sieht man sehr deutlich hier diese Korrelation mit nochmal. Das sind hier also die Sonnenfleckenhäufigkeiten, alle 11 Jahre ein Maximum. Und hier haben wir jetzt eine Temperaturkurve aus einem älteren IPCC-Bericht von 2001. Das ist die Figure 1.1a auf Seite 31 von diesem Synthesis-Report. Und da sieht man diese Modulation der 11 Jahre nochmal ziemlich deutlich. Also wir haben tatsächlich einen Einfluss der Sonne auf das Klima. Das war mir so noch nicht aufgefallen. Es gibt ja Leute, die meinen, dass es sowieso wärmer wird, nicht wegen dem CO2, sondern wegen der Sonne. Das ist nicht der Fall. Aber es gibt doch einen kleinen Einfluss der Sonne auf unsere globale, mittlere Temperatur. Hier eigentlich ziemlich gut sichtbar. Die Frage ist, ob es noch größere Intensitätsschwankungen der Sonne gab im Maunder-Minimum oder so. Ich hatte das lange ausgeschlossen, weil da passt was mit der Zeit nicht. Die kleine Eiszeit hat viel früher angefangen als dieses Maunder-Minimum. Aber es gibt offenbar doch Intensitätsvariationen der Sonne, die möglicherweise einen kleinen Einfluss auf das Klima haben. Und auf noch längeren Zeitskalen als hier, seit 1940 ist das hier dargestellt, da ist die Frage, muss man eigentlich doch mal ein Fragezeichen dran machen. Also das nur als Einschub. Die Sonne hat nicht eine genau konstante Intensität, sondern sie variiert um, ja was war das ganz wenig, um ein Watt ungefähr, auf diese 1,3 Kilowatt. Und das brächt sich doch auf, auf die globale mittlere Temperatur mit einer Modulation, ein Auf und Ab, um etwas weniger als 0,1 Grad. Ja, das war aber nur ein Einschub. Es gibt, jetzt gibt es aber da Rätsel. Ich hatte ja gesagt, dass zu Beginn die Sonne etwa 20% dunkler war und sie wird in der Zukunft heller werden. Aber wenn sie 20% dunkler war, dann verstehe ich eigentlich nicht, wie der Mars zu Beginn des Sonnensystems Flüsse und Meere beherbergen konnte. Der ist ja noch weiter draußen, da ist es heute bitterkalt, flüssiges Wasser kann zu keiner Jahreszeit und auch nicht am Äquator existieren allenfalls hochkonzentriertes Salzwasser. Vielleicht, ja. Aber es gibt klare Indizien, dass es Flüsse und Meere auf dem Mars gab, in der Vergangenheit. Und da ist die Idee, das war relativ kurz nach dem Entstehen des Sonnensystems, da war die Sonne aber dunkler. Ja, wie passt das denn? Dann müsste es ja eigentlich noch kälter auf dem Mars gewesen sein. Und selbst wenn er eine hochdichte CO2-Atmosphäre besessen hat, würde das denn ausreichen, dass er dann so warm wird, dass da flüssiges Wasser existiert. Vielleicht. Aber da muss beim Mars ja der Verlust an CO2 über die Zeit, weil er eine geringere Gravitation hat, das sehr schön oder kompensiert haben, dass die Sonne immer heller wurde. Also das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig. Und bei der Erde ist es eigentlich noch schlimmer. Wie konnte sich Leben auf der Erde entwickeln, als die Solarkonstante 10 oder sogar 20 Prozent kleiner war als heute? Also wenn die Sonne 20 Prozent dunkler ist, das ist ja ein gewaltiges 25 oder 50 Watt pro Quadratmeter weniger Einstrahlung. Da müsste die Erde ja eigentlich eingefroren sein, jedenfalls mit ihrer heutigen Atmosphäre. Aber auch sie hatte vermutlich früher eben viel höheren CO2-Anteil und nur deswegen kann man sich überlegen, konnte es überhaupt Meere geben. Also man muss die Veränderung der Luminosität der Sonne mit einrechnen bei all diesen Überlegungen über die Entstehung der Erde, dass es da ganz früh dann 40.000 Jahre geregnet hat und sich die Meere bildeten. Sie konnten sich aber nur bilden, wenn es nicht bitterkalt war. Und das mit einer viel dunkleren Sonne. 20 Prozent dunkler. Und doch war es so. Aber wahrscheinlich hatte die Atmosphäre der Erde dann eben einen sehr viel höheren CO2-Anteil. Und davon waren wir ja auch ausgegangen. Gut, also ich hoffe, ich habe das jetzt ein bisschen erklärt. Das ist der Lebenszyklus der Sonne. Es war also zu Beginn 20 Prozent weniger Intensität, also viel kälter, aber da hatten wir vielleicht einen viel stärkeren Treibhauseffekt. Auch auf dem Mars. Aber es ist alles ein bisschen rätselhaft. Die zeitliche Entwicklung der Sonne wird hier noch mal in diesem schönen Diagramm dargestellt. Wir haben also eine sehr, sehr lange Zeit der Sonne als Hauptreinstern mit diesem Wasserstoffbrennen. Das ist die PP-Kette. Das geht also in der Leuchtkraft am Anfang von sogar 30 Prozent weniger, gehen die hier in dieser Quelle aus. Achso, die Quelle von dieser Tabelle habe ich nicht mehr gefunden, muss ich jetzt zu meinem Leidwesen gestehen. Ich habe diese Tabelle ganz lange in meinen Vorlesungen seit ungefähr 15 oder 18 Jahren verwendet. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich die her habe. Jedenfalls, die gehen davon aus, dass die Luminosität hier 0,7 war zu Beginn und dann anwächst in diesem Wasserstoffbrennen auf mehr als das Doppelte. Ja, doppelt so helle Sonne, da können wir die Erde nicht mehr bewohnen. Das ist zu heiß. Und der Radius ändert sich eben auch ein bisschen um den Radius der heutigen Sonne. War früher ein bisschen kleiner und später wird sie dann größer werden. Dann gibt es eine Übergangsphase zum roten Riesen. Die dauert 700 Millionen Jahre und da ist die Leuchtkraft mehr als doppelt so hoch. Im roten Riesen geht dann die Leuchtkraft innerhalb von 600 Millionen Jahren, also weniger als einer Milliarde Jahre, von 2,3-facher Leuchtkraft auf die 2.300-fache Leuchtkraft. Also der rote Riese ist unfassbar hell, riesengroß, aber hat eine viel niedrigere Außentemperatur. Deswegen ist er eben groß. Und dann beginnt das Heliumbrennen. Helium kann auch fusionieren. Also die Asche, die immer mehr Masse, tote Masse anreichert, die hat irgendwann, wird der Kern so stark zusammengedrückt, dass er so heiß wird, dass auch die Heliumkerne, die ja doppelt positiv geladen sind, dass die kollidieren und fusionieren zu Kohlenstoff 12. Drei Stück. Drei-Alpha-Prozess ist das. Beginn des Heliumbrennens. Und da haben wir die 44-fache Leuchtkraft der Sonne. Das ist dann nochmal ein anderer Zustand. Und dann gibt es ein Heliumschalenbrennen. Das machen wir dann, damit wir das Altern von Sternen allgemein durchsprechen. Das will ich jetzt hier bei dem Sonnenvideo nicht im Detail durchgehen. Und zum Schluss haben wir einen Übergang zum weißen Zwerg. Da steht hier 0,1 Millionen Jahre. Das ist der Übergang. Der Zustand weißer Zwerg selber dauert beliebig lange. Denn dann kühlt die Sonne einfach bloß ab, wird zum braunen Zwerg und schließlich strahlt sie dann praktisch nichts mehr ab. Es ist dann einfach eine, ja, es ist eine Plasma, ja, ist es dann eine Plasma? Doch, doch, es ist eine Plasmakugel aufgrund der fantastischen Dichte. Denn sie ist dann so groß wie die Erde, hat aber eine ungeheure Dichte. Ein weißer Zwerg ist eine ganz andere Substanz als eine normale Gaskugel und hat dann zunächst mal zu Beginn die 3.500-fache Strahlungskraft hier, aber kühlt dann ab hier. Und der Radius geht hier, beginnt also beim 100-fachen Radius der heutigen Sonne und geht dann runter auf den 0,08-fachen Radius im Übergang, wird dann aber auch immer kleiner, etwa so groß wie die Erde. Ja gut, das ist also die ganze Geschichte. Die ist ziemlich kompliziert jetzt zum Schluss, aber die allermeiste Zeit verbringt ein Stern wie die Sonne im Zustand des Wasserstoffbrennens und wird dabei ganz langsam immer heißer. Und da kann man sagen, dass in ungefähr 0,9 Milliarden Jahren, also die Sonne ist ja noch 4 Milliarden Jahre lang im Zustand des Wasserstoffbrennens, bis sie dann zum roten Riesen wird. Aber in 0,9 Milliarden Jahren wird die Erde heißer sein als 30 Grad Celsius. Das heißt, die globale mittlere Temperatur hat sich dann verdoppelt in der Celsius-Skala von 15 auf 30 Grad Celsius. Tja, dann brauchen wir einen neuen Planeten. Wir könnten dann vielleicht zum Mars umsiedeln, der hat aber keine vernünftige Atmosphäre, nur ganz wenig CO2. Ja, also da müssen wir uns was einfallen lassen. Also in 0,9 Milliarden Jahren haben wir wirklich eine globale Erwärmung, allen Ernstes. Und das würde bedeuten, dass im Sommer oder jedenfalls am Äquator die Meere dann eventuell sieden werden. Und das ist dann definitiv zu heiß. Das war so die Meinung. Also 0,9 Milliarden. Das sind natürlich 900 Millionen Jahre und das ist ganz schön lange. Müssen wir jetzt also nicht in Panik geraten, aber es gibt ein Ende der Bewohnbarkeit der Erde. Auf jeden Fall. Dann kommt die Übergangsphase zum roten Riesenkontraktion des ausgebrannten Heliumkerns. Dann gravitativer Kollatz der Kernsohle und dann startet eine Wasserstoff- und so weiter und so weiter. Im roten Riesenstadium überlebt die Erde, aber die Oberfläche schmilzt. Das war das Bild, was ich ganz am Anfang gezeigt habe. Ja, und dann gibt es noch weitere Phasen. Es gibt so ein Heliumflash. Das ist dann aber sehr komplex. Das machen wir, wenn wir uns mit der Lebensphase von Sternen im Allgemeinen beschäftigen. Faszinierende Physik. Und man kann das alles draußen beobachten. Draußen in der Milchstraße und in benachbarten Galaxien, wo Sterne in all diesen verschiedenen Zuständen zu beobachten sind. Ja, wir müssen jedenfalls in 0,9 Milliarden Jahren die Erde verlassen. Oder es fällt uns etwas ein, die immer heißer werdende Sonne ein bisschen zu dimmen. Ja, und ganz zum Schluss, da haben wir hier dieses spektakuläre Bild im Übergang zum weißen Stern, bildet sich am planetarer Nebel, weil die Sonne, wenn sie denn innen kollabiert, weil eben die Fusion, die Heliumfusion als letzte Fusionsstufe, die bei der Masse der Sonne überhaupt möglich ist, zum Kohlenstoff, der Kohlenstoff kann nicht weiter fusionieren. Dazu hat die Sonne zu geringe Masse. Man erreicht weder Druck noch, also nicht die Temperatur. Dann erlischt die Fusion und sie wird zum weißen Zwerg. Aber in diesem letzten Schritt stößt sie die äußeren Schichten ab zu einem planetareren Nebel, so wie dieser Stern hier. Das ist der Stern, ups, ah ja, hier steht es. Der hat die Nummer M57, ist ein planetarer Nebel und hier in der Mitte ist ein relativ heller, aber wahrscheinlich sehr, sehr kleiner, etwa erdgroßer weißer Zwerg. Das ist das Endstadium auch unserer Sonne, hier von einer anderen Sonne. Und man sieht diese riesige Kugelschale, ist eigentlich eine Kugelschale, nicht etwa eine Scheibe, die abgestoßen wurde und die hat hier im inneren Bereich einen Durchmesser von einem Lichtjahr. Hier oben der Text, auch unsere Sonne wird als weißer Zwerg enden, wenn das Helium im Kern erschöpft ist. Die Hülle wird abgestoßen. Und das hier ist ein Ringnebel mit einem Durchmesser von einem Lichtjahr. Also gewaltig. Ein Lichtjahr ist ja viel, viel größer als die Größe unseres ganzen Sonnensystems. Also ein sehr spektakuläres Ende einer relativ durchschnittlichen Sonne. Und hier in diesen äußeren Schichten sind eben die Fusionsprodukte enthalten. Das ist also Kohlenstoff und Wasser, Kohlenstoff und Sauerstoff bildet sich auch. Das ist eben zum Teil eben tatsächlich wieder rausgepustet ins Universum als Verunreinigung der Interstellan-Gase. Und wenn sich dann eine neue Sonne später aus diesem Interstellan-Gas, was durch diese Abgase hier, dieses explodierten Sterns dann entsteht, neu bildet, dann entstehen eben auch Gesteinsplaneten und sowas alles. Also dazu braucht es aber noch schwerere Fusionsprozesse, Produkte, als wie sie mit einer so kleinen Stern wie der Sonne da entstehen können. Aber es gibt ja auch größere Sterne, die dann also weiter fusionieren können, bis zum Eisen oder noch schwerer. Ja, hier sieht man also, wie die Asche der Fusion an das interstellare Gas wieder abgegeben wird. Und das passiert zum Schluss mit unserer Sonne auch. Ja, da müssen wir also spätestens das Sonnensystem dann verlassen haben. Ja, aber das dauert noch eine Weile. Also keine Panik. Ja, das war also der Alterungsprozess der Sonne. Sie wird zum roten Riesen, schließlich sogar zum planetaren Label. Aber erst in etwas mehr als vier Milliarden Jahren und sie wird immer heißer. Und da müssen wir in 0,9 Milliarden Jahren irgendwas machen, weil es sonst auf der Erde zu heiß wird. Aber vorerst sind wir erstmal sicher, die Sonne ist sehr stabil. Abgesehen von solaren Stürmen. Und das möchte ich in diesem Video hier, also das ist der letzte Teil jetzt meiner Diskussion der Eigenschaften des Sonnensystems, möchte ich jetzt am Schluss diskutieren. Solare Stürme, man nennt sie auch Coronal Mass Ejection CME, also CME, koronaler Massenauswurf. Und das war eben dieses Bild hier vom englischen Wikipedia ganz am Anfang. Hier sieht man also so einen Planeten, das soll wohl unsere Erde sein. Und dann eben hier diese Partikel, das sind also, ja, ist eigentlich so was wie ein Sonnenplasma, also Wasserstoffatomkerne, Heliumatomkerne und Elektronen, die da mit großer Geschwindigkeit auf die Erde zu rasen. Und weil es ein Plasma ist, sind geladene Teilchen, sie transportieren auch eingefrorene Magnetfelder. Da gibt es dann also einen magnetischen Sturm auf die Erde. Die Erde hat aber selber ein Magnetfeld und kann deswegen diesen Sturm in den allermeisten Fällen abwehren. Und da gibt es allerhand Text dazu hier, Earthsky.org, da habe ich mal aus dem Englischen hier Texte übersetzt. Geomagnetische Stürme, so nennt man das Phänomen auf der Erde, wenn so ein koronaler Massenauswurf die Erde trifft. Das passiert relativ selten, weil die Sonne, diese Massenauswürfe, die sind nicht kugelförmig, sondern immer in bestimmte Richtungen. Das sind also so wie Protoparanzen oder solche Flares, die also in eine bestimmte Richtung losschießen. Und wenn der Planet die Erde gerade in einer anderen Richtung steht, dann merkt die Erde davon nichts. Es muss also zufällig in der Kugelschale genau in diese Richtung der Erde gehen, damit die Erde überhaupt etwas davon merkt. Und dann gibt es einen geomagnetischen Sturm. Sind für den menschlichen Körper auf der Erdoberfläche ungefährlich. Abschirmung durch Atmosphäre und das Magnetfeld. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof. Also es ist nicht gefährlich. Man kriegt viel mehr Klicks mit Videos, wenn man sagt, wir werden bald sterben. Und ich habe jetzt gesagt, ja, in 0,9 Milliarden Jahren wird die Sonne zu heiß werden. Aber können wir vielleicht die Sonne noch ein bisschen dimmen. Aber 0,9 Milliarden Jahren wird selbst bei, also 900 Millionen Jahre in der Zukunft, wird selbst empfindliche Gemüter nicht in Panik versetzen, würde ich mal annehmen. Und jetzt schreibe ich gleich hier zu Anfang bei den geomagnetischen Stürmen, dass auch das nicht gefährlich ist, weil wir das Magnetfeld der Erde haben, was uns vor diesem Plasma, was da auf uns zuschießt, eben geschützt. Das Plasma sind ja geladene Teilchen, die werden durch Magnetfelder abgeschirmt. Und natürlich die Atmosphäre selber, denn geladene Teilchen kommen auch in der Atmosphäre der Erde nicht allzu weit. Das bringt jetzt also nicht so viele Klicks. So ist es eben. Es ist eben nicht gefährlich. Und selbst, wenn das Magnetfeld der Erde umbohlt und zwischendurch mal Nulldurchgang hat, ist das auch nicht so gefährlich, weil der Hauptschutz vor der Höhenstrahlung ist die Atmosphäre. Es kommt nur relativ wenig Strahlung hier auf der Erdoberfläche an, weil uns dieses Blanket, ich heiße es im Englischen, also die Steppdecke oder die Zudecke der Atmosphäre schützt uns. Und sonst gäbe es auch gar kein Leben auf der Erde, weil in den vielen Jahrmillionen der Existenz der Erde hat es natürlich jede Menge koronale Massenauswürfe in Richtung der Erde gegeben. Und es gab jede Menge Umpolungen des Erdmagnetfelds. Da müsste ja das Leben jeweils da ausgestorben sein. Aber das Leben hat herzlich wenig von diesen Angriffen oder geomagnetischen Stürmen gemerkt. Nur heute mit unserer modernen Technologie, da merken wir was davon. So können jedoch einige Technologien auf der Erde beeinträchtigt werden, wie etwa Stromnetze, Kommunikationssysteme und Satelliten in der Erdumlaufbahn. Und da gibt es deswegen Frühwarnsysteme, es gibt eine Sonnenbeobachtung, man kann also sehen, optisch einfach, wann so ein koronaler Massenauswurf möglicherweise in unsere Richtung geht. Und diese Teilchen, die brauchen also Stunden bis Tage, bis sie bei uns angekommen sind. Aber angucken, dass da so ein koronaler Massenauswurf ist, das sehe ich ja sofort, beziehungsweise nach 8 Minuten. So lange braucht das Licht von der Sonne bis zu uns. Das heißt, wir wissen ein bisschen im Voraus, wenn so ein geomagnetischer Sturm kommt. Zeit bis Ausbruch uns erreicht, Stunden bis sogar Tage. Das sind dann 17 Stunden, habe ich glaube ich mal gelesen, also Stunden und dann aber eigentlich einige Tage wegen dieser großen Distanz von der Sonne bis zu uns. Schutzmaßnahmen. Satelliten werden in Standby geschaltet, kann man einfach abschalten, dann überleben sie das eher, so einen elektrischen Sturm. Elektronik auf der Erde, besser erden und abschirmen, das muss man sowieso machen. Und Hauptgefahren bisher, Ausfall der Stromversorgung und Ausfall der Kommunikationsnetze. Es sind tatsächlich, gab es wohl mal, lese ich gleich noch mal vor, auch Stromausfälle von einigen Stunden oder Tagen in bestimmten Regionen. Und da sind die Leute der Meinung, das war verursacht durch so einen geomagnetischen Sturm. Ja, was ist das eigentlich? Teilchen mit sehr hoher Energie, also Atomkerne. Wie sie von koronalen Massenauswurfstürmen mitgeführt werden, können bei Menschen und anderen Säugetieren eine Strahlenkrankheit hervorrufen. Aber nur, wenn ich zufällig gerade in einer Weltraumkapsel bin oder gerade einen Weltraumspaziergang machen. Sie wären für Astronauten ohne Schutz gefährlich, etwa für Astronauten, die zum Mond oder zum Mars fliegen. Hohe Dosen könnten tödlich sein. Ist also die Strahlenkrankheit, ist Radioaktivität eigentlich. Aber man kann diese Teilchen eigentlich ganz gut abschirmen. Also wenn ich jetzt gerade in so einem Raumschiff zum Mars unterwegs bin und da kommt so ein CME, also so eine Strahlenwolke, dann verziehe ich mich am besten in meine Raumkapsel und schütze mich vielleicht noch irgendwie mit einer Bleischicht, die ich da in Richtung Sonne vor mich halte. Dann kriege ich relativ wenig Strahlung ab. Wenn die Erde zufällig im Weg eines koronalen Massenauswurfs ist, können die geladenen Zeichen in unserer Atmosphäre einschlagen, Satelliten in der Umlaufbahn stören oder sogar zum Ausfall bringen. Deswegen schaltet man sie ab, dann sind sie nicht so empfindlich. Und hochfliegende Flugzeuge in Strahlung baden. Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Sie können Telekommunikations- und Navigationssysteme stören. Sie können Stromnetze beeinträchtigen und es ist bekannt, dass sie in ganzen Städten, ja sogar ganzen Regionen ein Blackout verursachen können. Das ist aber sehr, sehr selten. Und da gibt es einen Event, der war 1859. Da war wohl mal ein außergewöhnlich starker CME, der die Erde getroffen hat. Der größte bekannte Sonnensturm ereignet sich am 28. August 1859. Er wurde von Richard Carrington beobachtet und aufgezeichnet und wird deshalb manchmal als Carrington-Ereignis oder Sonnensupersturm von 1859 bezeichnet. Der begleitende koronale Massenauswurf CME erreichte die Erde in nur 17 Stunden, das eben schnell, statt der üblichen drei oder vier Tage. Es kam zum bisher größten aufgezeichneten geomagnetischen Sturm. In vielen Teilen der Welt waren Polarlichter zu sehen, Telegrafensysteme in ganz Europa und Nordamerika fielen aus. Also mit der heutigen, sehr weit entwickelten, aber eben auch sehr empfindlichen Elektronik, also Handynetze oder so, muss man dann gucken, wenn man so ein Ereignis hat, ob das dann gut geht. Aber ich denke, darüber denken die Leute schon nach. Es gibt auch noch andere Gründe, weshalb man die Kommunikationsnetze schützen muss. Ja, also ich glaube, aber die Leute machen sich darüber Gedanken. Jedenfalls diese ganz normalen CMEs, die ein bisschen häufiger passieren, die sind hier auf der Erde nicht zu bemerken. Ja, und wie oft sowas vorkommt, das wurde untersucht. Und zwar gibt es hier ein Paper, das ist von 2001. Die haben Eisbohrkerne untersucht, hin auf Spuren von solchen koronalen Massenauswürfen. Und zwar sind die zu messen an der Leitfähigkeit der jeweiligen Schicht, also die Eisbohrkerne, je tiefer sie sind in Grönland oder der Antarktis, umso weiter reicht es in der Zeit zurück. Und die haben sowas wie Jahresringe, das kann man also sehr genau datieren. Und sie haben hier ein Paper geschrieben, Solar Cosmic Ray Events for the Period of 1561 until 1994. Also da gibt es eben, kann man also sagen, dass man eben diese koronalen Massenauswürfe messen kann, wie stark sie waren an der Veränderung der jeweiligen entsprechenden Schicht im Eisbohrkern. Ja und in der bestimmten Tiefe, die Tiefe ist hier nicht angegeben, aber die Jahreszahlen, man kann ja also wie Jahresringe kann man die datieren und hier gibt es eben, das ist eine Tabelle, das sind Jahreszahlen von 1562 bis 1944, habe ich es hier mal dargestellt, aus diesem Paper und wir haben hier den stärksten Event eben genau 1859, ich hoffe ich habe es hier, das sind 751 ist der Parameter, hier ist die Nitratkonzentration, Sie meinen, dass das Nitrat im Eisbohrkern, das ist ja wasserlösig, also im Eis, dass die Nitratkonzentration eben was mit dieser radioaktiven Wolke zu tun hat, 751 ist der höchste Wert in dieser ganzen Tabelle und hier 18,8 ist der 30 MeV Protonfluss, den Sie ausgerechnet haben, dann raus, also Sie meinen, dass eben tatsächlich dieser Carrington Event, den man schon aus Aufzeichnungen kennt, den finden Sie hier eben tatsächlich auch in Ihren Eisbohrkern, aber Sie finden in der ganzen Zeit seit 1562, also in den letzten knapp 500 Jahren, keinen weiteren so starken Event, also so viel wissen wir aus Eisbohrkern, das heißt, diese Events sind sehr selten, man spricht davon, dass sie vielleicht alle 500 Jahre auftreten, das heißt, sie treten auf, aber sehr selten und dann ist eben die Frage, was ergreift man für Maßnahmen gegenüber einem Event, der dermaßen selten ist, also jedenfalls kein Grund zur Panik, es könnte sein, wenn wieder so ein starker koronaler Massenauswurf ist, so ähnlich wie der Carrington Event, dass wir doch ernste Probleme mit unseren Kommunikationsnetzen bekommen, aber wie gesagt, diese Events sind sehr, sehr selten, aber so selten auch wieder nicht, als dass man sie komplett ignorieren könnte, aber ich würde fast denken, dass die modernen Netze dagegen geschützt sind. Gut, liebe Leute, das war die Gefahren der Sonne, Sonnenstürme, dann das Intensiverwerden der Sonne, weil sie einfach altert, in der Mitte mehr tote Masse anreichert, sie wird heller und sie wird sich irgendwann zum roten Riesen aufblähen und dann sogar ihre äußere Hille als planetan Nebel abwerfen. Bis dahin sollten wir dann also wirklich das Sonnensystem verlassen haben oder wir sind eben einfach ausgestorben. Ja, mal gucken, müssen wir mal schauen. Jetzt verlassen wir das Sonnensystem. Ich bin mit dem Sonnensystem fertig, also man hätte noch mehr Sachen berichten können, aber ich habe ja wirklich einen Haufen Folgen darüber gemacht. Wir finden, also ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit auf dem Mars Spuren von Leben finden, werden und dann ist die große Frage, ist dieses Leben unabhängig von der Erde entstanden oder wurde der Mars infiziert von der Erde? Also wenn zum Beispiel ein Meteorit auf der Erde einschlägt und dann irgendwas von der Erde, so Trümmer wegfliegen, wo dann irgendwelche frühes Leben da drauf war und dann auf dem Mars eingeschlagen ist, dann gibt es also die Möglichkeit einer solchen Infektion eines Nachbarplaneten. Oder es ist unabhängig entstanden, Leben, aber dann könnte es ja ganz anderes Leben sein, was aus anderen Nukleinsäuren aufgebaut ist oder so, wäre absolut faszinierend. Oder eben auf diesen Gesteinsmohnen, Eismohnen, die unter der Eisschicht vielleicht einen Ozean haben, gibt es da vielleicht Leben? Also es ist mit so die aufregendste Fragestellung, im eigenen Sonnensystem nach Leben zu suchen und herauszufinden, ob Leben vielleicht auch unabhängig von der Erde auf anderen Planeten existiert und was das für Leben ist. Ist es haargenau dieselbe Zusammensetzung an Nukleinsäuren und Aminosäuren oder ist das Lebensprinzip auch auf ganz anderer Basis möglich? Zum Beispiel auch Methan, da gibt es ja Titan, dieser Mond, der Flüsse aus flüssigen Methan hat und Meere aus Methan. All diese Sachen, sehr aufregende Dinge in unserem eigenen Sonnensystem. Aber weiter draußen, wenn wir tatsächlich in die Galaxis, in die Milchstraße aufbrechen, da gibt es dann vielleicht wirklich einen zweiten blauen Wasserplaneten. Ich bin davon überzeugt, dass es natürlich weitere blaue Wasserplaneten gibt, so ähnlich wie die Erde und die Frage ist dann natürlich auch wieder, gibt es da Leben? Und wir brauchen größere Teleskope, ein bisschen größer nur und dann müssten wir die eigentlich sehen können. Wir haben jetzt schon größere Teleskope wie das James Webb und das hat ja auch tolle Entdeckungen gemacht und da kommen sicher noch mehr tolle Entdeckungen, aber wir brauchen eigentlich noch ein bisschen größere, um zu schauen, ob es eine zweite Erde in unserer kosmischen Nachbarschaft gibt. Dazu dann viel mehr in der nächsten Folge nach meiner Pause. Und wir fahren jetzt hier, kreuzen die Heliopause, das ist also meine Pause, aber das ist die Heliopause. Das hier ist ein Voyager-Messung von, huch, steht da auch ein Jahr dran, ja das steht da, 2011. Voyager ist schon ein bisschen länger unterwegs, eine Sonde, die also immer noch Daten zurückfunkt zur Erde und hier ist nämlich aufgetragen, die Anzahl von Partikeln pro Sekunde und ich glaube, das ist so der Sonnenwind, ja und hier, dass die Zeit nach rechts schreitet voran und dieser Voyager, der fliegt also munter weg von der Sonne. Je weiter wir uns also hier nach rechts bewegen, umso weiter entfernt sich diese Sonde von der Erde und da war die ganze Zeit hier dieser Sonnenwind zu beobachten. Also das ist sowas wie der Sonnenwind hier, also Partikel pro Sekunde, es sind 27 Partikel pro Sekunde, ist jetzt also nicht gerade eine Riesenintensität und dann plötzlich hier mit einigen Einbrüchen, zwei Einbrüchen im Vorfeld, aber dann plötzlich schnurrt es auf Null runter. Und das ist das Ende unseres Sonnensystems. Da kollidiert der Sonnenwind, also so ein, ja es ist wirklich ein Wind, ein Teilchenwind, der kollidiert mit dem interstellaren Medium und da gibt es dann so einen Schock, also es bleibt stehen, er bleibt einfach stehen, der Sonnenwind kollidiert, also es ist eine Schockfront und da ist Feierabend mit diesen Partikeln und hier geht es dann auf sehr niedrige Zählraten runter. Das heißt, das hier in etwa 120 astronomischen Einheiten Entfernung ist tatsächlich die Grenze unserer Welt, unseres Sonnensystems und wenn man weiter draußen ist, da ist man im interstellaren Bereich, bis man schließlich auf das nächste Sonnensystem in der Nachbarschaft trifft. Und dann würde man wieder in so einen Bereich eines Sonnenwinds kommen. Und dass es tatsächlich eine solche Schockfront gibt, das ist ja jetzt nur eine Partikelmessung, die kann ja auch ganz andere Gründe haben, vielleicht ist der Detektor ausgefallen oder sowas, dass es die tatsächlich gibt, das sieht man hier, das ist ein Stern, LL Orionis heißt der und Generating a bow shock, ja ich glaube das ist, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, also hätte ich vielleicht genauer gucken müssen, aber wir sind ja noch nicht aus dem Sonnensystem raus, ich hinke jetzt etwas hinterher mit der Zuordnung. Es könnte sein, dass LL Orionis entweder der sehr helle Stern hier rechts ist, der diesen fantastisch intensiven Sonnenwind erzeugt oder dieser Stern, der hier versucht seine eigene Sphäre zu definieren. Auf jeden Fall sieht man hier diese Schockfront, wo also diese beiden Sonnenwinde von diesem super intensiven Wind hier, von diesen sehr hellen Sternen, die jetzt nicht hier abgebildet sind, die rechts vom Bild sind und da kollidiert also dieser Sternenwind sehr intensiv mit diesem kleinen Stern, mit diesem kleinen, dieser Windzone von unserem kleinen Stern hier, der verzweifelt versucht hier also seine eigene Sphäre zu definieren gegen diesen anstürmenden äußeren Wind. Und man sieht sehr schön hier diese Schockfront und genau so eine Schockfront meint man mit dem Voyager da in 120 astronomischen Einheiten vom Zentrum, also von der Sonne entfernt, detektiert zu haben, also dieses Bild hier. Es ist noch ein bisschen komplizierter, wenn man sich mit der Heliopause, also der Grenze unseres Sonnensystems beschäftigt, aber das war jetzt erstmal so eine ganz einfache Darstellung. Und ich möchte jetzt dann also wirklich auf die Reise gehen, eigentlich auf die Suche nach einer zweiten Erde in unserer kosmischen Nachbarschaft. Und das machen wir nach meiner Pause. Pause ungefähr bis Mitte Oktober und dann geht es weiter mit meinen Dienstagsvideos der Reise zum Ende der Welt und dann machen wir erstmal Exoplaneten. Die Frage oder die Suche nach einer zweiten Erde. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal in ungefähr, ja, ich glaube zwei oder drei Wochen.